Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Lost in Reddome. Ja, ihr erinnert euch, wir sind ja letztes Mal stehen geblieben, dass wir so ein Gedicht für Isenier uns besorgen sollen. Und genau da werden wir jetzt weitermachen. Und danach werden wir jetzt suchen. Ich hoffe, dass wir das hier irgendwo finden. Einfach mal suchen, würde ich sagen. Hier ist was. Da haben wir doch schon was gefunden. So, dann gehen wir mal wieder dahin. Vielleicht reicht das hier schon. Nicht hier wieder rüberkommen, heißt das. So, wo war das denn jetzt? Da, glaube ich. Da fehlt anscheinend noch was. Da müssen wir noch ein bisschen nach suchen. Da ist noch was. So, jetzt müssen wir die dritte finden. Ach, auch nicht schlecht. Sehr, sehr schön. So, hier geht es anscheinend nicht weiter. Dann gehen wir erst mal wieder zurück. Gehen wir mal in eine andere Richtung. Hier waren wir schon. Dann gehen wir mal in eine andere Richtung. Da hinten ist auch noch was. Das ist die dritte. Ich glaube, vier mussten wir finden. Richtig? Nein, das waren vier. Genau, eine müssen wir noch finden. Da. Wunderschön. So, das haben wir erledigt. Jetzt können wir zum Bürgermeister gehen. Mein Gott, das ist wirklich nicht einfach. Geh doch da hoch. Wir müssen jetzt erstmal wieder den Weg zurückfinden hier. Glaub ich jetzt überhaupt richtig rum? Nee, hier bin ich doch komplett falsch. Hier muss ich rum. Nee, hier bin ich doch auch verkehrt. Ach, Mensch. Da ist der. Komme ich da jetzt hin? Da muss ich hin. So. Oh. Sie war nicht sicher, ob sie war bereit. Aber auf der anderen Seite, sie war nicht sicher, dass sie sich nie wäre. So sie machte nur was sie. Sie ging für es. Das ist es, Even. Es geht um alles an, das zu sein. Wenn du mir mit einem Moon Poem verhörst, du besser nicht. So Oh, no, you're clearly not ready yet. So, you want to try this again? Very well. It all comes down to this. If you come at me with a moon poem, you'd better not. Perfect, yes, Mr. Bikin. We shall pluck the wings from painted butterflies to fan the moonbeams from two towns. Yes, oh, I like that very much. Let's proceed. And we shall be made minions of the moon to look forward to everything the mayor doth. Yes, there's no rule that says a poem can talk up the poet, some. Well done. Now, last verse. And we shall always swear by the two moons, for they change each day. The upside down town is the only place that offers such a... such perfect rhymes for a perfect moon. I think... I think I have it. Yes. Well done, little poet. You have earned your soul in the moonbeams from 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 the moonbeams. I will give you something else. The highest honor in this land. I grant you access to the second moon's staging grounds. If you have ever had the good fortune to tread on that hallowed ground, go there, admire it, and then I will give you what you seek. Eine neue Errungenschaft, geschlagen. Build my city in the sky. Go on, don't be shy. We need a new city that's way up at a significant height. Construction is on schedule. Of course it is. I'm the best there is in this construction line of employment. Wo muss ich denn jetzt lang? Das ist jetzt die große Frage. My workers are building at a terrific rate. If you ask me, I think that's great. It's nice to see them finally pulling their... body mass, metaphorically. So, das muss ich mal eben. Kamen, der ist nochmal auf Karte. Ja. Woเอ Ya. Wo? Da ist nie. Always Party Schw надеюсь, das ist die sulphule. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Vienna? Ich bin ja. Ich bin ja. Mann, ich bin ich. Ghast. Gut, alles geht mit dem Plan. Ich bin wirklich die größte ... ... Mannes Individuum. Wie kam ich jetzt nochmal auf Karte? Geh mal, Dicey! Wenn sich den Weg nicht merkt... ...dann ist es wirklich nicht einfach. Ja, hier war ich doch gerade schon. Mein Gott! Gut. 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 So. Dann gehen wir jetzt mal hier drauf. Dann geht es einfach mal weiter. Oh oh. Was passiert jetzt? Bei diesem Brettspiel musst du mit der Spielfigur das letzte Feld erreichen und Ressimregrübsmonen zerstören. Du musst drei Arenen meistern, um das Ende zu erreichen. Ab und an erscheint eine Karte, der einen Gegner entspringt, um eine Spielfigur aufzuhalten. Hast du diesen Gegner besiegt, verschwindet die Karte wieder. Betrittst du diese Plattform, bekommst du einen Einerbogen. Landet die Spielfigur auf diesem Feld, fliegen einige Vögel mit Bomben über die Arena. Sie werfen ihre Bomben ab, wenn du unter ihnen stehst oder auf sie schießt. The playing piece is blocked by an adversary. Defeat the adversary to advance. Over there! Die Spielfigur auf dem Spielfigur auf dem Spielfigur. Mein Schwert, endlich! Das brauchen wir noch nicht. Das war's für mich. So, man sperrt mal ein bisschen auffrischen hier. Na komm her. Ich muss da hoch irgendwie. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Oh ja. 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 Das war's. 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 Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. The blocking adversary has been defeated. The playing piece can now advance. Achtung! Das war's. Das war's. So langsam wird's was. So langsam wird's. Mein Gott. A new opening has been opened. So langsam wird's. 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 Woopsie. Even had a feeling she had broken the moon and that somehow Mayor Royam wasn't too happy about that. Oh feeling confirmed. Oh. Oh. Oopsie. Amen. Baby. Was hast du gemacht? In einem Moment, Royam war ein Teil von mir. Wer hat die Konstruktion gesehen? Und in der nächsten? Er hat sich frei gemacht. Er hat sich frei gemacht. Er hat sich auf die Erde geblieben. Es gibt keine Ahnung, was er kann, jetzt ist er frei von meinen Influen. Du hast ihn gelernt? Oh, nein. Sei sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, was passiert. Wir sind in Uncharted territory hier. Whatever du machst. So, und nun? Oh nein. Was ist jetzt wieder los? Oh nein. 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 Okay. So, jetzt mal ein Schwedt besorgen. Was haben wir noch? Oh. 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 Was ist denn die scheiß Bombe jetzt? Wie geht denn das denn jetzt nochmal? Was ist denn das? 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 Da ist auch das nächste Rufzeichen. Das haben wir auch abgeschlossen. Was ist denn das? Das war ja wieder klar. Was ist denn das? 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 Das ist das? Was ist denn 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 das? Ich brauche ein Schwert. Get him, Dicey! Dicey, da! Get him, Dicey! Die sind gar nicht so schwer, so leicht zu treffen. Müssen wir das halt so machen. Ein Schwert. Endlich. Reicht noch nicht. Get him, Dicey! Schwer, endlich! Ich hoffe, dass die Leute nicht denken, dass du zu schützt bist, wenn sie zu spüren, dass du tot bist. Dicey! 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 Geh, geh, geh! Komm, schieß! Jawoll! Genau das wollte ich. Jetzt habe ich mein Schwert. Und jetzt bist du dran. Meine Eltern wollten nie das für mich unneutrot, aber ich wünsche mir eure Events. Ah, mir bleibt doch nichts gespart. Oh, shit! Oh, shit! So. 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 Das war's für heute. Das war's. Dad! Wie bist du so schlecht? Nein, nein, ich will nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Es ist nicht fair. Haben wir es geschafft? Juhu! Neue Errungenschaft. Zwei Seiten einer Medaille. Und der verrückte, Upside-Down-Mayer war jetzt in eine andere und einfache Mayer-Mayer-Mayer-Mayer. Auch Dicey hat einen tollen Job gemacht. Und ich habe einen tollen Job narriert. Und ich habe einen tollen Job gemacht. 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 Ich habe einen tollen Job gemacht. Und ich habe einen tollen Job gemacht. Und ich habe einen tollen Job gemacht. Auf Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Doppelt oder nichts, ändere nach dem Zufallsprinzip die Kosten der Karten auf deiner Hand, sodass sie kostenlos oder doppelt so teuer werden. Stapelanpassung freigeschaltet. Ab sofort hast du immer 15 Karten in deinem Stapel. Im Karten-Ordner-Bildschirm kannst du deinen Stapel anpassen. So, ich würde aber sagen, das war's erstmal. Mit diesem Video. Also, I am working on a potion to decide this once. Yes, a potion to decide who which will be. You misspoke. You know what? Precious. An emotional and frank. Uh, you two in. Ah, we have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I'm. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens. I can barely hear you with these fingers in my ears, but that sounded like a... I require three blues. Loud screams. Listen for their sounds and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. I assure you it makes no difference to them. They loathe their... Oh! And there's a mighty reward in it for you. In conc... Farewell! He's gone, yeah? Perfect! Listen, before you go. That potion that we're working on. I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my... Perfect! Oh, perfect! Okay, I'll need three... Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing! So, damit wäre unsere Aufgabe fürs nächste Video schon vorbestimmt. Abgespeichert wurde auch. Das heißt, das war's erstmal mit diesem Video und mit Lost in Random für dieses Mal. Wir haben eine ganze Menge geschafft und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao! Servus und Tschüss! Euer, der Danny, spielt das. Bye, bye!